Die Saal, da wisst sie oder so. Danke. Super eint schon bei Echo, eins. Der hat uns gesehen, aber die Heli kommt. Ja, Stealthy Bones. Bones. Ich kann aber nichts machen. Warum? Ja, also ich konnte kurz nichts machen, weil der halt höher geflogen ist. Ja, Bruder. Oh, du wurdest Richard getroffen, Mann. Der Gunner hat dich getroffen. Du bist gelbe Leben. Ja, ja. Echo 3 ist action. Okay. Ja, ist schon. Ich geh mit dem Fahrzeug, ja? Ja. Noch einer abgesprungen. Nee. Noch ein Jeep. Noch ein Auto. Oder wollen Sie mich verarschen? Danke. Bitte. Der Heli ist auch noch einer. Hey, Superhink, nicht schießen. Warte. So, dann. Der brennt. Nein, nein, nein. Doch, da war ein Feuer. Der ist nicht am Brennen. Aber da kam Feuer aus seinem Propeller. Ja, okay, okay. Dann brennt er nicht. Er fliegt weg. Was soll ich machen? Überweg fliehen, Bruder. Das ist nicht unsere... Der ist da und doch. Der war ein Brennen, ja? Platz recht. Echo 1 braucht Hilfe. Oh, schade. Der ist gerade gestorben. Der ist gerade runter, ja? Unsere Leute sind eh nicht da oben. Wir können nichts machen. Zwei, eh, kurz zwei. Gar nichts mehr? Nope, ich hab nichts zu sehen. Vielleicht alle Richtung Echo 3 schon. Oh, nein, nein, nein. Full, full, full. Kommt von hoch aus. Bleibt genauso. Wir haben ein Jet. Ich bin bereit für dich. Mal noch gucken, ja? Ich verarschen, Alter. Der macht einen neuen Einstieg, Bruder. Von meinen Augen. Bruder, pass auf ein bisschen auf. Echo 3? Ja, ja. Haben wir? Nein. Nicht. Nicht. Echo 1 ist being secured. Nicht. Hinter am Ball flash. Nee. Die sind gegner drin, Bruder. Aber wo? Mit ist. Hier. Gut. Predator heißt er. Echo 3 ist sober, ja? Ja, Echo 2 ist aber. Ja. Mit RPG, pass auf. Rechts, rechts Bruder, ist zu voll Wenn die noch mehr abbeschießen Lad dein Dings rauf Ja Die pushen jetzt alle E3 Komm noch mal Ich gucke eben, ob hier alles drauf ist So So in Frieden Rechts Ist gut Ja, ja, die sind hier schon in der Mitte, glaube ich Oh, ja, ja Hinterm Panzer Rot, oder? Ja Äh, unsere Team jetzt versuchen, Echo 1 zu übernehmen Ah ja, echt? Fahrstück, Fahrstück Du meinst Echo 2 Echo 1 Echo 1 Echo 2 auch Rechts wieder Ja, sicher, Bruder Was bringen... Was bringen diese Arten Echo 1 helfen, komm. Ne, zu spät, Echo 2. Auch zu spät. Nein, die gehen rein, komm. Okay, wir schießen. Den holen wir uns. Gib ihm. Boah, mit Ausrüstungspaket der Hurensohn. Predator. Echo 2 haben wir, sauber. Guck mal auf die Karte, Echo 1. Sind die Leute da? Ja, einer ist da oben, ne? Ja. Lass ihnen helfen, dann komm. Ey, Fahrzeug. Oh nein, ich stehe schon wieder. Okay, sauber. Die sind gut, da hinten. Wir waren oben, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Muss. Okay. Wir warten noch ein bisschen. Unser Grün ist auch schon oben. Komm, ey, da wisst ihr, seilt sich rüber. Komm, Bruder, gib ihm. Äh, hier auf dem Dach ist einer. Zwei Leute mit RPG. Wohl. Einer guckt auf uns. Züpa. Uh oh. Kaç bu da? Naim. Echo. es ist eine russische Stahl Ja, halt nicht zu vergessen, Lato. Vorsicht hier auf dem Dach war irgendeiner gewesen vorhin. Oh, was? Zufrieden? Ja, ja, wieder zwei Leute. Ich weiß nicht, wie die hierin kommen, oder? Ja, bestimmt Spawnback. Hier hinterher ist auch noch einer, glaube ich. Der muss auf dem Dach sein, weil so weit kann man nicht rankommen. Oder das muss eine Drohne gewesen sein. Niemals Drohne. Da ist Segen, der ist auf diesem schiefe Dach drauf, ist dort. Wir haben nichts besseres zu tun. Wir haben alles hier... Wir haben alles gefickt da, ja? Der Echo 3 wird geballert. Wir haben alles. Okay. Hier vorne. Könnt ihr mir? Nimm, nimm, nimm. Down, schon. Äh... Schon kaputt. Delta 1 auch. Superint bei Echo. Was machen? Angriff. Wir sind in der Überzahl mit Infanter. Oh, noch ein Heli. Da sind zwei Helis alle. Was machen? Gucken wir jetzt... Oh... Okay. Rechts, rechts. Down. Der andere geht auf unser Condor. Wir müssen helfen. Over. Der ist jetzt gleich vor uns. Schieße. Ja. Jagen, oder? Schön. Ein Treffer. Ja, ja. Die haben einen Treffer mit ATV gegeben. Ja. Eine abgesprungen. Ab zu Delta, Bruder. Scheiß auf den. Oh nein, sagst du. Ich flieg durch. Das ist gleich vorbei, Bruder. Low, low. Low, low. Weißt du was? Treffer. Ja, ja. Hitmarker. Wir sehen der Schüssel. Blick ab. Bitt ihr auf uns? Was? Wie kann der uns sehen? Der ist ja, Bruder. Noch ein APG, zwei APGs, drei APGs. Oh, diese Scheiß wieder. Oh, diese Scheiß wieder. Oh, das Sportfahrzeug von uns ist da drin. Die Kämpfrassen zu bewegen, oder? Hier kommt der Streu. Nein. Hier auf den Häusern. Was vibriert das so, ja? Oh, oh. Oh, oh. Wir sehen. Hit. Delta ist voll, anscheinend. Ey, TV-Wack, bitte. ein rückzug wir angebracht was und echo echo 3 helis kommen zu delta schauer pro schießen schon auf uns oder ein super bei delta okay wir gehen von echo zuyan Ich bin Ich bin Mime Overprete Oh Oh auf im Busch im Busch ist hier drin der Bastard ich hab ihn gar nicht gesehen das ist ein anderer passt auf wo der Apg ist noch hier wo denn der neue Arschichtung macht wahrscheinlich nicht ah da zwei Schilder ciao lebe hier alle renn 1 1 2 1 2 2 1 2 Ich spawne noch. Wo? Diese Tüten, Alter. Da hinten ist noch was bei Echo 2. Guck mal da. Der ist schon tot, oder was? Nein, echt? Sind die nicht gespawnt oder so? Er hat doch gepäude. Schießt auf Ballerei. Oh ja. Boah, Delta wird angegriffen. Ja, müssen wir verteidigen. So peinend in der Luft. Er fliegt richtig um Delta, ne? Er will auf 100er Transport gehen. Oh, der ist down. Was? Du hast ihn? Ja. Oh mein Gott. Welchen hast du denn geholt? Rechts unten, Bruder. Hast du. Da rechts mit dem Buggy hat er. Bravo. Begler rechts. Unter uns. Ist er da drinne? Oh, ist er ja. Echt? Echt? Ein Jet. Boah, das ist der Wichser Jet. Wo ist der Wichser Jet? Ja, der kommt, Bruder. Links von uns. Er kommt. Bruder. Weißt du, was er macht? Oder ist das nur Glück? Nur Glück. Guck mal, Bravo. Ich beobachte den schon. Oh mein Gott. Und dann, Bruder. sehr gut, nütronik, eine halde высchen 1.0 objektiv ist und erlägt Raus! 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 Ganz oben ist auch was. Oh oh. Oh nein, Stealth. Oh mein Gott. Was macht der da, ja? Der hat uns nicht gesehen. Doch. Wen sucht der, Bruder? Meine Tau. Er hat uns gesucht, erinnert ihn. Was? Was? Bruder, ich sag nur, Dire Burst ist Profi, Bruder. Das ist wie Pros. Was? 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 Bruder, du bist erster knapp. Was? Kurz nicht schießen, nicht schießen, Ali. Superhand. Kommt auf Bravo. Hat der uns gesehen? Feuer frei. Er weiß wer das ist, den du 3er Burst gegeben hast. Was? Alle ausgestiegen oder überall bestellt. Wären wir nur einen Kast behalten, Bruder? Unter uns, Heli, Feuer frei. Unter uns, Heli, Feuer frei. Ja. Ich hab ihn gesehen, du darfst du. Der CPR. Unter uns, Heli. Schatz zu dürfen,шь. uter Dörrens. Ja. Dann ist das, was du aus? Ja im in die gleichen. Stolten wir, Feuer frei. Wir haben Eco Drive fallen, Bruder. O da ne, haben wir schon? Haben die schon, egal. Charlie? Ich sehe gerade Leute pushen Delta-Fahrzeuge. Können die? Jetzt. Das ist bestimmt der Predator. Noch ein Fahrzeug rechts. Gönnisch mir. Oh, da sind drei Spieler. Okay, hol. Winterkart. 300 hole four snakters, there's a hot file. That's good. RPG knapp vorbei. Um Sandberg. Is tot. Nicht. Nicht. Und. Oh, aber ich muss noch einer gespunnen. Ey, RPG von unten. Hier traue ich mich. transport unter uns wir haben auch einen jet ok ich gehe auf transport infatria neben transport rechts auch noch eine kommt delta 1 die kommen 10 tickets schade ich bin noch erster ja du bist noch erster du hast 3 Punkte Vorsprung du bist allgemein überall erster jetzt mal sogar mehr als letztes mit umpacken ja ja das santo ist die map wo man kills macht bruder die meisten kills diesmal keine bots oder nein war voll 64 64 63 63